So wieder hallo und willkommen zurück zu einem wunderschönen neuen Video hier in Forza Horizon 4. Ja, es ist der Winter ausgebrochen und Forza hat sich mittlerweile letzten Winter immer zur Aufgabe gemacht, im Winter schöne Fahrzeuge rauszubringen, die halt im Winter überhaupt keinen Sinn machen und damit leider nicht so geil fahrbar sind. Aber nichtsdestotrotz haben wir einen wunderschönen neuen Toyota bekommen. Ja, nachdem wir jetzt eben die Supra und auch der AE86 seinen Weg eingefahren haben, haben wir jetzt einen, ich sag mal, mit der seltensten Toyotas, die man so antreffen kann, höchstlich auf der Straße werdet ihr davon keinen einzigen sehen, nämlich den Toyota 2000 GT. Ja, es war ein Auto aus den 60er, 70er Jahren, äh, von, äh, Ende der 60er Jahre, ähm, aus dem Hause Toyota mit 351 Stück halt saumäßig selten und, äh, war damals ein Sportwagen, den Toyota rausgebracht hatte, mit einem wunderschönen Sechzylinder-Motor-Heckantrieb, also alle wirklich sehr, sehr sexy und ein paar, sagen wir mal, Optik-Anleihen sieht man auch bei heutigen Toyota-Modellen noch, nämlich unter anderem das Dach des 2000 GT, sieht man bei der aktuellen, bei der MK5 Supra, die auch eben diese Dachwirkung hat, weil, ja, das zeige ich mir hier gerade schön, eben über Fahrer und Beifahrer ist das Dach ein wenig angehoben und, ähm, ja, wie gesagt, sehr seltenes Fahrzeug, ich glaube, ich würde mich nicht wundern, wenn der seltenen Toyotas überhaupt, die für die Straße produziert worden sind, 351 Stück gibt es davon, ähm, und unter anderem zwei, ähm, Cabrio-Prototypen, die, ja, leider nie zum Verkauf standen, weil die waren nur für den, äh, James-Bone-Film zu der damaligen Zeit, weil der damalige Hauptdarsteller zu groß für die Karawade, der 2000 GT ist nämlich verdammt klein und, ähm, deswegen musste man damals Cabrio-Prototypen bauen, weil Toyota wollte den Wagen unbedingt im Film haben und, ähm, platzfähig ist, dass man mit dem Darsteller nicht gepasst, also hat man sich entschieden, ey, wir machen das Dach ab und, ähm, ja, schon war die ganze Geschichte gegessen. Ähm, ja, leistungstechnisch ist es ja jetzt, wenn man heutzutage mal hochrechnet, nicht mehr eine Sache, die einen jetzt super umhaut, aber für Ende der 60er Jahre eigentlich doch ganz nicht so verkehrt, 152 PS nämlich aus dem 2 Liter, wie gesagt, rein 6er, ähm, und wunderschöne, ich muss gerade mal selber gucken, 22 km Höchstgeschwindigkeit, das ist, wie gesagt, heutzutage, das fährt ja jeder Golf davon, aber für Ende der 60er Jahre war das auf jeden Fall schon, äh, sehr, sehr nice und, ähm, ja, den werden wir uns jetzt heute mal ein wenig anschauen, ich mach mal alles auf, was haben wir denn für, was haben wir denn hier für Öffnung, ach krass, der hat hier, der hat hier extra special Fächer, guck mal hier, da ist noch ein bisschen was für Öl und so, ist ja nice, guck mal hier, der hat ja extra Fächer für irgendwas, ich hab keine Ahnung, was, das ist irgendwas, ne, ach, hier ist die Batterie, die Batterie haben die, die haben extra einen Batteriekasten, und hier irgendwas zum Nachfüllen, ja, nice, und hier ist eben dieser wunderschöne Motor, 6 Zylinder, ich bin auch sehr gespannt, ob wir heute wieder einen anderen 6 Zylinder aus dem Haus der Toyota einbauen können, weil, ja, wir haben schon gelegt, der 2JZ ist mit einer Leistung stärksten Motoren im Spiel, hat eine Supra schon eine gute Dienstleistung an dem AR86 auch, ähm, und da wollen wir heute auf jeden Fall auch mal einen Blick reinwerfen, und es ist, also 2000, der 2000 GT ist ein wunderschönes Fahrzeug, nichtdestotrotz wegen, auch wegen den Scheinwerfern, wartet kurz, zack, auch wenn er damit ein bisschen traurig wirkt, aber, ähm, ja, wie gesagt, die Hauptschirmwerfer sind oben, und nicht unten, und, ähm, ja, sieht aber trotzdem sehr nice aus, ich würde mal sagen, wir steigen gerade mal wunderschön ein, natürlich Rechtslenker, wie sich das gehört, mehr JDM geht nicht, und ihr seht schon, wenn man so daneben steht, das sieht so platztäglich jetzt nicht geräumig aus, ich nehme mal 1,94, kriege da leichte Klausophobie, wenn ich daneben stehe, aber na gut, wir steigen mal ein, und schauen uns das ganze wunderschöne Kastleppen an, schönes Holzarmaturenbrett, sehr, sehr nice, auch Holzlenkrad, äh, das sieht schon, also, das sieht, es sieht schon sehr schön aus, also, ich glaube, hier könnte man schon sehr viel Spaß haben, schön rumcruisen, auch wenn du es halt bei 53 Stück halt stark überlegst, ob du mal kurz Sonntag ausharrt, damit machst du aber, na gut, ähm, ich würde sagen, wir machen ihn mal an und hören mal, äh, ich möchte ihn gerne anmachen, danke schön, jetzt habe ich gerade die Tür geschlossen, ist mir auch wichtig, jetzt habe ich die Tür wieder aufgemacht, ich will nur an den scheiß Startknopf, darf ich bitte dahin, danke, so, jetzt hören wir rein, hören wir mal, das kam unerwartet, alter, ist der am Nachblechern, holy shit, also, der hat auf jeden Fall den Custom Sound bekommen, weil ich erinnere mich an kein Auto mit einem Sechszylinderklang, das so da hinten am Rausballern ist, außer die BMWs, und das klingt eindeutig nicht nach einem M4, holy shit, okay, ich bin gleich sehr gespannt, wenn wir den mal eine Runde draußen fahren, äh, da bin ich sehr gespannt, bevor wir das machen, gehen wir mal ganz kurz ins Tuning, ähm, machen wir jetzt noch nicht, wir werden jetzt gleich erstmal kurz Stock fahren, aber danach werden wir uns natürlich auch einmal, ähm, wunderschön, ähm, ich sag mal, dazu bemühen, diesen Wagen einmal, äh, ein wenig Leistung zu geben, deswegen gucken wir gerade mal kurz bei den Motorswaps, ähm, 5,2 Liter V12 können wir einbauen, aber, äh, der, 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 der Supramotor war, das war kein 3,2er, ne, ich muss gerade mal kurz selber schauen, wartet mal kurz, ich muss gerade mal kurz, ich bin manchmal ein bisschen selbst verwirrt, welcher Motor jetzt welcher ist, wir gehen mal ganz kurz in unseren A86, der hat ja auf jeden Fall den Supramotor drin, da brauchen wir ja nicht lange diskutieren, da weiß ich ja genau, dass er drin hängt, ich bin mir gerade über die Literzahl, der Supramotor ist noch ein 3-Liter-Motor, ne, was ist denn der 3,2er dann für einer? Genau, 3 Liter rein, 6er Twin Turbo, genau. Was ist denn der 3,2er für einer? Kann mir das jemand sagen, dass ich ein Wagen der stammt? 3,2er, 3,2er? Ne, R35? Ich finde es auch immer sehr schade, dass der Supramotor nicht geht, das finde ich, äh, hätte ich jetzt weiter erwartet, ich habe weiter gehofft, dass in jedem Toyota in Zukunft Supramotoren eingebaut werden können, das geht leider nicht, schade. Ähm, gut, haben wir das auch mal kurz gecheckt, jetzt haben wir ein 3,2er, 3,2, ne, Sauger sogar, ist ja gar kein Turbo, krass, okay, hm, keine Ahnung, woraus der jetzt stammt, ähm, wenn wir übernehmen, natürlich einbauen, dann allein klangtechnisch, weil alles andere machen wir nicht, obwohl der Seriamotor halt schon sehr geil klingt und ich glaube, wir den auch drin lassen werden. So, wir gucken mal, Front, können wir eine Lippe dran packen oder wir können die Chrombits abnehmen, was ist sogar ganz nice, was schön clean aussieht und, äh, die Vorzellippe sieht sogar ganz okay aus, auch okay und Heck, können wir auch die Chromteile abnehmen, obwohl ich die hier sogar ganz cool finde, die sind halt so ein bisschen markant für die Optik, muss man mal ganz klar sagen, ähm, Fahrwerk, gucken wir mal ganz kurz, Tiefentechnisch, Tiefentechnisch ist schon mal okay, also da geht schon mal ein bisschen was, aber wie gesagt, das machen wir jetzt nicht, wir fahren den erst einmal gleich Serie, bevor wir jetzt einmal rausfahren, gucken wir mal ganz kurz noch in die Farben rein, ähm, das war jetzt natürlich sehr ikonisch, aber es gab natürlich auch ein paar andere Farben damals zur Auswahl, krass, es gab sogar einen Mattton damals, das ist, äh, unerwartet, ähm, alles aber sehr klassische Farben für die 60er Jahre, ich finde das Rot nebenbei sehr schön darauf, aber auch hier dieses, ich sag mal Marineblau nennen wir es mal, ist aber auch geil, wir lassen ihn erst mal Serie, so, wir gehen mal raus, weil ich will jetzt vor allem mal den Klang hören, weil der Klang, 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 Klang sehr gut, Klang sehr gut, die Leistung haben wir natürlich jetzt keine, brauchen wir nicht drüber reden, so, gedacht, wir haben nur 150 PS, das ist für die heutige Zeit, ist das nicht mehr schnell, das ist jetzt kein Meisterwerkauto, wo ich mir denke, oh shit, ich war gerade am abwarten, wann er wieder aufhört, Popcorn zu produzieren, holy shit, also die Meisterhundes kenne ich so, die geht es zu kurz vom Gas, das war's, und man 2000 GT geht es vom Gas, das hört nicht mehr auf, ich kann es hier innen rauchen, mit mir innen rauchen, was ist das, ich möchte es wagen nicht tun, ich möchte es beibehalten, ich feiere ja Auspuffgeböller, der 2000 GT ist ja das neue Meisterwerk in Forza, der Kohl, der Kohl, ich kenne kein Auto, was so viel am Ballern ist, bleiben Sie bitte auf dem Boden, ich weiß, das klingt hier echt geil, aber holy shit, das ist ja mal mega fett, das möchte ich bitte beibehalten, ich muss gleich gucken, dass ich den Motor nicht so verpasst, dass das weggeht, weil das will ich beibehalten, wir lassen den originalen Motor drin, und kommen, was wollen wir, das klingt nicht so geil, ich kann es den ganzen Tag machen, wir fahren heute nur noch rum, ich gebe ein bisschen Gas und lasse den Wagen einfach ausrollen, gut, ich glaube, ich roll zum Serienhandling, und Serienfahrfahrt, brauche ich dir nicht viel sagen, der wird erstmal von vielen nicht in die Serie gefahren, sind wir mal ehrlich, die Klasse fahren die wenigsten Leute aus, und hat sehr viel Langweite im Spiel, und der ist jetzt auch, er haut dann jetzt halt nicht um, ich kann ja nicht viel zum Handling sagen, weil die Geschwindigkeit, fangen wir gar nicht auf, dass es relevant wäre, da irgendwas zu zu sagen, also er ist, er ist halt nicht schnell, er ist halt nicht schnell, aber er kann wunderschön knallen, so, deswegen gehen wir direkt wieder ins Haus und tune einfach bei D-Klasse Fahrzeug und euch darüber berichten, wie geil dieser Wagen sich fährt, sind wir ehrlich, das ist jetzt nicht so spannend, so, ich hoffe, wenn ich jetzt diesen Motor tune, dass mir diese total tolle Eigenschaft nicht flöten geht, weil dann heule ich nämlich hier aber im Kreis, sage ich euch, so, Turbo setzen wir mal drauf, wir lassen mehr Heck drin, weil ich habe Bock dran, die Karre ein bisschen quer zu fahren, ähm, ich glaube, wir machen sogar die Lippe mal dran, weil ich die ganz cool finde, unter den Heck-Spoiler, ja doch, ist ganz nice, so, ähm, Reifen, bauen wir natürlich mal wunderschön auf Rennreifen um, wir ballern da richtig breite Schluppen drauf, Felgen sind cool, aber irgendwie will ich trotzdem andere haben, obwohl, warte mal, wenn wir die vielleicht ein bisschen größer machen, machen wir mal 16, 17 Zoll raus, oh, 17 Zoll ist groß, ne, oh, 17 Zoll ist eindeutig zu groß, 16 Zoll reichen auch, liebe Leute, ja, 16 Zoll reichen auch, so, jetzt mal ein bisschen das Fitment regeln, weil Fitment hat in 2000 GT leider Serie überhaupt nicht, also serienmäßig stehen die halt so dermaßen inne, aber für die 60er Jahre ist das auch voll in Ordnung, also ich möchte dem Auto nichts vorwerfen, für die 60er Jahre steht dieser Wagen sehr gut im Futter, so, dann machen wir mal, wir bauen diesen Motor jetzt mal voll auf, weil ich will mal gucken, wo wir am Ende leistungstechnisch landen, wie gesagt, serienmäßig 150 PS, 220 KM Höchstgeschwindigkeit, wir gucken mal, was aus diesen 2 Liter Sechstilinder denn so am Ende rauszukitzeln ist, weil ich denke mal, ein bisschen was an Potenzial werden wir wohl haben und die waren bei unserem kleinen Popcorn-Freund, Alter, das ist das geilste Auto überhaupt, ich habe noch kein Auto im Spiel gefunden, was so dermaßen Popcorn am Ballern ist, also die meisten sind wirklich so typisch halt so, mittlerweile ja, oder auch künstlicher Zeug bei vielen Autos, geht's vom Gras, ba-bam, ba-bam, so, so eine kurze Abfolge, aber bei dem ist ja wirklich, bis er zum Stillstand kommt und die Drehzahl runtergeht, ist er konsequent an hinten am Rausschießen, das ist ja nicht mehr normal, also, bei bestem Willen, das ist ja nicht mehr normal, uh, wir kriegen gar nicht gar nicht mal so schlechte Eckdaten hin, 48er Score, mit dem, ich gehe immer wieder vom Punkt zurück mit neuen Teilen, das ist der Wahnsinn, so, wir haben jetzt wunderbare 23 kW, 24 Nm auf ne Tonne, das ist eigentlich, also nicht eigentlich, das ist gut, sind wir ehrlich, äh, 23 kW, ich kann immer noch nicht umrechnen im PS, nimmst mir nicht übel, das sind, wartet kurz, wir haben's gleich, gleich kommt's, gleich kommt's, 435 PS, da ist ja jetzt nicht super viel, aber wenn wir überlegen, dass wir jetzt fast 300 PS zugenommen haben und, äh, nur eine Tonne Gewicht haben, ist das eigentlich in Ordnung, also da kann man sich jetzt weniger beschweren, so, das installieren wir alles mal, und wir lassen, lassen wir ihn in den Weiß, ich glaube, wir lassen ihn in den Weiß, ne, schön einfach Weiß lassen, ich glaube, clean Weiß steht ihm am besten, so, jetzt bin ich mal gespannt, wie sehr ich das Ding jetzt am Querschießen bin, aber, wenn er, wie gesagt, nicht plöppelt, baller ich das Ding auf Serie zurück und fahre auf D-Klasse rum, ist mir scheißegal, wenn der rumknallt, knallt er rum und das will ich beibehalten, ja, ich kleibe weiter, ok, alles gut, maximal auf Bommel Seriemotor ist am Start, das geht, ja, er ballert weiter, Motor Swap ist keine Möglichkeit für mich, Motor Swap wird nicht akzeptiert, aber die Trenner, dann, 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 das ist sie zu geil, dass ich das weg haben will, so, gucken wir mal, Klangkläglich ist der Motor, aber auch echt sexy. Der klingt echt schön, muss ich sagen. Der Sextiliner, der hier drin arbeitet. Den wir jetzt auch 2,3 Liter aufgebaut haben. Und vor allem, weil er das macht. Es ist die schönste Soundrolle, die ich jemals in dem Spiel gehört habe. Ich bin begeistert. Der 2000 GT ist mein neues Lieblingsauto. Der Klang macht es, Leute. Boah, der lässt sich aber sehr smooth driften, ey. Holy shit. Also hier. Boah, wie entspannt. Es ist mal schön, wenn man hier Auto komplett übermotorisiert hat. Dass kein 2Z reinkommt, kann ich zwar immer noch nicht ganz nachvollziehen, dass es den noch nicht gibt hierfür, aber... An sich... Boah, Junge, Junge, Junge. Alter, der drifft. Man kann ihn sehr... angenehm sliden. Und das kann man auf jeden Fall mal so behaupten. Das gibt auf jeden Fall mal... einen Daumen hoch in die Richtung von Toyota. Macht er gut. Okay, jetzt sei so viel schnell, weil er das Gebüller nicht mehr hört. Gut, dass wir können relativ leicht driften, weil wir relativ schnell Traktionsverlust haben. Weswegen ich ja diesen Wetter eigentlich scheiße finde. Vor allem wird das Video auch auf YouTube wieder lala aussehen, weil die Videokomprimierung mit Winter in Ford 2004 gleich als würde ich 144p hochladen. Es ist leider so. Und ich kann nichts dagegen tun. Aber es ist jetzt unser Schöne, jetzt ist er vom Speed auch sehr angenehm. Also jetzt kann man ihn auch schön fahren, muss ich sagen. So, vom ersten Eindruck gefällt er mir jetzt. Boah, Alter. Er lässt sich echt smooth driften. Es ist der Wahnsinn, wir hier. Aber er ist schon sehr geil. Bin ein bisschen begeistert von dem Auto, muss ich sagen. Also bisher alle Toyota, so Alexus, in dem Fall auch, hier reingekommen sind, sind alle geil. SupermG4 feiert, A86 feiert, 2000GT feiert, LMA feiert. Die Japaner wissen schon, was man da baut. Das muss man denen einfach mal lassen. Und vor Ort weiß, wie man so vernünftig einbaut, ohne die Kacke zu bauen. Klar, Tönig, ob es mir jetzt vielleicht ein paar gewünscht, obwohl ich nicht wüsste, was man auch wieder an 2000GT bearbeitet. Es gibt halt keine Bodykills für den, weil die Zielgruppe nicht dafür vorhanden ist. Das Speed geht aber jetzt ein bisschen mehr als 225 bauten. Bisschen Seinfeld geht dann auch. Danke, das ist ein bisschen motiviert, das Ganze. Wow! Okay, dann hätte ich ein Vertrauen, 51, 2000GT mal kaputt gefahren. Guck mich stolz auf mich. Können wir mal wunderschön reinhören. Ah, dies ist das schönste, was ich jemals in meinem Leben wahrgenommen habe. Ich bin wirklich begeistert. Also, kein Scheiß, ich bin begeistert von diesem Klang, von diesem Auto. Und den Raum ist halt auch schön. Ja, den Raum ist halt mit diesen typischen japanischen Spiegeln vorne auf den Kotflügeln. Dann diese ausgeklappten Scheinwerfer, die man ganz klar sieht, dass man weiß, ob die Scheinwerfer funktionieren oder nicht. Man sieht sie direkt. Dann das Holz am Turm. Es ist echt ein schönes Auto. Also, kannst du sagen, wann du willst. Ich bin begeistert, dass es so laub macht, ne? Oh, vorne hört man auch ein bisschen die Turbo ab. Und das ist ganz nice. Der hat gefällt mir ganz gut. Oh, da ist ein Kreisverkehr. Und das wissen wir, Kreisverkehre müssen gedriftet werden. So sieht's aus. Aber ich kann euch auf jeden Fall empfehlen. Die waren gestalten bei 50% im Winter frei. Wenn ihr Popcorn mögt, seid ihr richtig. Eine fahrende Popcorn-Maschine, sag ich euch. Und mit Serienmotor ein Träumchen zum Driften. Alter, gehst du mal an. Der ist so kontrolliert, quer zu fahren. Es ist so nice. Ich mein, du kannst da halt einfach fast nicht verkacken. Das gibt's gar nicht. Du kannst fast keinen Drift mit dem Ding versemmeln. Er ist echt der Wahnsinn. Ich kann die ganze Zeit vom Gas gehen, ne? Es gibt so viele Autos in dem Spiel, wo ich einfach nur Vollgas durchhämmern möchte. Und beim 2000 GT möchte ich konsequent das Gas loslassen und den Motor laufen. Bei der Abkassenlage. Ich mein, guck mal hier, wie schön kontrolliert man den einfach mal wunderschön durch Edinburgh. Wenn man kann. Das ist super geil. Jetzt hab ich mich fast weggebrüttelt. Aber einfach wieder eingefangen. Easy going. Und in andere Richtung. Ich mein, guck mal an hier. Es ist so geil. Ich hab so viel Spaß in der Kiste. Okay, wird nicht geräumt. Egal. Geht schon. Was ich mal gerade kurz noch machen muss. Was mir gerade einfällt. Sorry, das müssen wir jetzt kurz im Abschluss des Videos noch machen. Ich hab's voll vergessen. Es tut mir sehr leid. Man hätte da vorher dran denken können. Wir müssen mal ganz kurz in den Tunnel. Und durchladen. Und dann vom Gas gehen. Das müssen wir kurz noch im Tunnel machen. Weil. Das machen wir als Abschluss. Das ist eine ganz gute Idee, finde ich. Ich schießt da keine Flammen, ne? Also das gar nicht. Aber. So und. Lasst die Popcorn Party beginnen. Nicht so laut, wie ich gedacht hätte. Der ganze Wagen ist auf jeden Fall lauter als der Auspuff im Tunnel. Aber der Klang vom Motor ist echt schön. Der klingt schön. Ach, ich hab meinen Spaß dran. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß an dieser kleinen Folge. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns in der kommenden Folge hier. beiden vorzumachen hier wieder. Haut rein. Bis dann. Tschö, tschö.